Um auf das eigentliche Thema zu kommen, will ich jetzt mal wieder nur am Rande erwähnt haben, dass Deutschland bereits in einer Rezession ist. Das muss uns allen klar sein. Aber jetzt kommen wir mal zu dem Kernpunkt des Videos. Gönnt euch mal die Aussage von Zelensky und wie er das Bürgergeld in Deutschland sieht. Wird spannend. Dranbleiben und bis zum Ende schauen. In Deutschland gibt es eine Diskussion darüber, ob die deutsche Regierung sie unterstützen sollte, die wehrfähigen, die Männer, die wehrfähig sind, wieder nach Hause zu schicken, indem man beispielsweise die soziale Absicherung, bei uns heißt das Bürgergeld, kürzen sollte. Ich rufe Olaf Scholz bestimmt nicht zu. Bring sie schnell zurück. Denn wir leben in einer demokratischen Welt. Wenn sich eine Person nicht rechtmäßig in einem anderen Land aufhält, dann sollte man nicht sagen, bringt sie zurück. Wir brauchen ein Gesetz, das funktioniert. Nehmen wir ein Beispiel. Eine Person hat das Land verlassen. Sie ist im Ausland und bekommt Unterstützung in Deutschland. Und wir sind sehr dankbar dafür, dass sie unsere Bürger unterstützen. Aber es kommt vor, dass diese Person sowohl aus Deutschland als auch aus der Ukraine Unterstützung bekommt. Und deshalb wäre es besser, Deutschland würde Ukrainer unterstützen, indem es dieses Geld in unseren Haushalt einfließen ließe. Und die Ukraine würde das Geld verteilen, je nachdem, wo die Person sich aufhält. Als der Krieg begann, sind unsere Menschen gegangen. Keine Frage. Aber sie haben Geld mitgenommen. Wie jeder Mensch haben sie ihr Geld mitgenommen. Und dieses Geld ist in Europa geblieben. Ich hoffe, ihr könnt es jetzt richtig einordnen und habt es so verstanden wie ich. Also, erstens. Es sind ganz viele wehrfähige Männer in Deutschland, die eigentlich für den Krieg in der Ukraine kämpfen sollten. Weil wir haben ja die Gefahr. Und Putin ist ja eine Gefahr für ganz Europa. Und deswegen muss ja in der Ukraine die Freiheit von Europa verteidigt werden. Das ist ja das Narrativ. So, erste Frage ist, wieso sind diese Männer überhaupt in Deutschland? Zweite Frage ist, warum bekommen die hier Bürgergeld und arbeiten nicht? Beziehungsweise, warum gehen die nicht in die Ukraine zurück und befreien diese Ukraine von diesem Angriff von Russland? Einfache, berechtigte Frage, oder nicht? Und jetzt ist ein Herr Selenskyj noch so dreist und sagt, hey, die Deutschen, die zahlen Bürgergeld von ihrem Steuergeld. Und wieso überweisen sie dieses Bürgergeld nicht direkt an die Ukrainer? Weil die könnten das Geld ja viel besser verteilen, oder? Das hat er doch gerade gesagt, oder? Habe ich es falsch verstanden? Also bei aller Liebe, wer immer noch solidarisch gegenüber der Ukraine ist und sich sein Geld im Prinzip aus der Tasche ziehen lassen will. Ja, der soll einfach weiter so machen und pro diese Ampelregierung sein, pro Selenskyj sein. Und einfach mal ausklammern, dass die Ukraine auch mit das korrupteste Land ever ist. Aber wen juckt das schon in dieser vermeintlich besten Demokratie aller Zeiten? Herr Selenskyj hat ja auch davon geredet. Ist schon krass, was hier gerade abgeht. Und dieses Interview, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wahrscheinlich habt ihr davon nichts gehört, oder? Einfach mal drüber nachdenken, warum dem so ist. Und ansonsten kommt hier vorbei für weitere alternative News, die euch mal wieder nicht gezeigt werden, aber die definitiv euer Geld wollen.